Bring mir den Gaul oder die Stadt muss dran glauben. Willkommen in New Harmony! Wäre es nicht für alle Beteiligten von Vorteil, wenn wir diesen Disput in einer anderen Weise beilegen könnten? Wir laufen ziemlich schrei die Vögel an. Hattest du jemals eine Waffe in der Hand? Na los du dreckiges Vieh! Zieh! Apfelschaule?